Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können im Namen des Kreisverbandes Warnig-Fragenwerk, dessen Vorstand ich hier vertrete. Und ich darf Ihnen vorab eine Warnung geben. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig heute Abend bei dieser Veranstaltung, denn es wird auch für Sie sehr, sehr gefährlich werden. Denn Sie werden heute eine dermaßen Überdosis an Wahrheit bekommen, die Sie in 100 Jahren GEZ-Fernsehen oder HNA oder irgendwelchen anderen Bereichen niemals erleben werden. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig, es wird eine heftige Dosis Wahrheit geben. Und auf diese heftige Dosis habe ich mich schon lange gefreut und auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die hier vorne sitzen. Und die uns Ihre Sicht der Dinge darstellen werden für unsere AfD. Und ich bitte Sie hier nochmal, denken Sie am 24.09.3- und 4-mal genau nach, was Sie da wählen werden. Am liebsten werden Sie Ihr Kreuz bei der AfD machen. Vielen Dank.